Wir sind im Band-Raum und ich möchte euch hier aus vielmals Merci sagen für eure Stimme, die ihr uns gegeben habt auf waldbühne.ch. Vielleicht sehen wir uns schon bald im Gurtenfestival. Wir sind momentan wirklich sehr gut dran, aber damit es weiterhin so bleibt, brauchen wir wirklich deine Unterstützung. Das heisst, wir wären wirklich extrem froh, wenn du diesen Event eine Pinwand von deinen Freunden posten würdest. Auch sonst weiter erzählen und so weiter, damit wirklich andere Leute ausser dir natürlich für uns abstimmen, damit wir an diesem geilen Event spielen können. Das heisst wirklich super. Merci!